Hi, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Hi, ich bin Hannah Schmidt und leite diesen Studienkreis. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen was erzählen. Wollen Sie einen Tee oder Kaffee? Vorsicht, heiß! Wir haben in ganz Deutschland rund 900 Standorte, an denen wir Kindern in Kleingruppen individuelle Nachhilfe geben. Gleich geht die erste Stunde los. Dann können wir auch mal reinschauen. Übrigens, Studienkreis Nachhilfe gibt es schon seit über 50 Jahren. Damit konnten wir schon über 1,5 Millionen Kindern helfen. Und das motiviert natürlich total. Was ich toll finde, ist, wie wohl sich unsere Schülerinnen und Schüler fühlen. Ich weiß selber, wie schlimm das ist, wenn man in der Schule nicht mehr mitkommt. Deswegen ist uns wichtig, dass Ihr Kind nicht nur seine Noten verbessert, sondern auch an Selbstvertrauen gewinnt. Und das funktioniert wirklich gut. Ich glaube, eine kleine Gruppe ist schon da. Wir können ja mal reinschauen. Jedes Kind ist individuell. Und deshalb ist das auch unsere Nachhilfe. Individuelle Betreuung in kleinen Gruppen, Nachhilfe, die teilweise oder auch komplett online stattfinden kann, oder ein einfacher Fächerwechsel. Möglichst flexibel zu sein, ist uns enorm wichtig. Deswegen sind wir auch außerhalb der Nachhilfestunden per Chat erreichbar. Ich denke, für eine gute Nachhilfe ist es wichtig, dass es eine Atmosphäre gibt, in der sich die Kinder trauen, Fehler zu machen und in der sie sich auf Wohne fühlen mit uns lehrkräften. Ich glaube, das Beste an meinem Job ist, wenn die Kinder lächelnd auf mich zukommen und mir erzählen, dass sie endlich ihre ersehnte Note erreicht haben und auch nicht mehr so viel Angst vor dem Fach haben. Wir hoffen, dieser kleine Einblick hat Sie neugierig gemacht. Wenn das so ist, dann besuchen Sie doch gerne mit Ihrem Kind einen unserer Standorte und testen Sie uns gratis. Unter Umständen kann die Nachhilfe auch kostenlos für Sie sein. Melden Sie sich und wir beraten Sie gern. Bis bald!